können ist sehr schwer aber ja dann würde ich aber trotzdem drangen wir spielen halt nur was immer du möchtest also kannst du auch mitte ganz jungle wo du dich wohl erfüllst einfach was jetzt in dem game okay evelyn rel und revan ja können wir machen was spielt man denn so gegen arthrox kann ich alles picken grea camille alles mit brembe was das ganz gut die tanks der anivia respekt bern jedes mal ich glaube die band die ganze zeit anivia ugot weil sie double hitten oder vielleicht war die challenger seite und die champions gut können aber hey wir drei spielen halt die wir zwei spielen anivia und jetzt verspielt urgott hat sich auch richtig scary aus und was die als letztes raus sehen vielleicht den kathos der war schon scary gerade die kaiser solar endlich hat mal jemand den respekt den ich hier verdiene wenn das bei spin mal auch so wäre ist ja nicht so als ob er zweimal kaiser gebannt wurde hier über ja da habe ich auch mal wieder gekommen war ich mal froh war ich auch mal glücklich ja dann bleiben wir jetzt hier also im besten in arthrox wie es mit sie wir klein wenn auch kathos denken sonst oder gragas flex also es gibt mir sie wenn kein anderer was sagt ja ich mag nicht reden ja so problem ist ein bisschen in der geist gemütet leider ist nicht gemerkt aber ja sorry ich bin zurück ich würde gerade sagen gar das flext sich über so gut oder wurde ich 11 pro 5 genervt ja der hat 20 damage am kuh verloren ja 20 mana auf dem queue oder ich weiß auch nicht hat sich das nochmal gechanget beides beides jetzt wird es wild ne das war es mit gragas dann ja ich muss auch sagen mein gragas ist nicht so crispy clean bin ich ehrlich er ist ne vayne vayne ist immer scary aber vayne ist nicht gut gegen zivir oder vayne ist hard counter doch doch echt ich kann mich aber runter ich kann nichts machen ach so aber wir können die trotzdem auspushen das ist fein da ist alistar also wenn wir jetzt nicht losing support matcher fahren ist nicht schlimm das ist ein gut gegen alistar fresh oh hm äh ha 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 wie sieht es mit deiner jenna aus okay ja jenna wäre doch auch super oder ja ja theoretisch ja aber kann ich spielen ach du kannst auch jenna spielen dies gilt kein w äh das ist einfach leona spielen das ist auch okay ja leona gehen noch nicht leona und nochmal der kathos okay ja ich weiß nicht wahrscheinlich schon oder wir wissen wir wissen würden am besten jetzt jenna ficken ja ja das das kann man ja auch gerne gewesen ja du spielst auch nicht hin oder äh solar karma hätte ich auch gefühlt karma finde ich erstaunlich schwer zu spielen aber ich finde ja komm ja einfach nochmal kathos kommen wir sehen uns dann wieder so minute 30 naja es passt perfekt oder so eine sehr affine verbrücke ich auch gefühlt ja die hätte ich auch gewollt aber wollte aber ich spielen können sollen wahrscheinlich weiß hat nicht super schlecht gegen elisa seraphin das gefährlich recht aufpassen ich glaube die sind auch ich glaube dass sie noch smurf account also gegen die sollte man ein bisschen abgeben würde okay ähm so was haben wir noch für bands der mitleiner hat lucian gespielt und hat syndra 1gp lass doch mal lucian bahn lucian lilia wär schon ein tschüss findest du ja oder so spielen haben wir last pack ja gar ne haben wir nicht ne ne ja dann lucian soll mal artrox band für oben der auf artrox auch sehr gute performances abgeliefert oder irelia vielleicht und gnar picken was können wir machen ja auch gnar wäre hier geil fühl ich naja aber der wird also die werden wahrscheinlich selber nehmen ja mach mal trotzdem irelia wenn der nachpüchner püchner was anderes mal gucken wir werden schon was finden wie wärst du mit nem shen ja hab ich tatsächlich in letzter zeit wirklich wenig gesehen holy shit ja die zwei otb spielen irgendwie nicht mehr so viel loll soda du hast ja dem gegner ne idee gegeben na scheiße ja aber instant also da war ja aber die haben den davor gebannt also die haben wirklich die haben mit dem shin gerechnet oder so komm sola was erwartest du noch hau mal raus ähm die picken jetzt gnar ja besser war jetzt nicht so ne bold prediction das wäre zumindest sehr sehr stark wenn sie jetzt hier knarpigen würden für sie ne die sind insecure die gehen für so nen ohren jetzt oh ne torreda von denen ist nicht so schlecht sicherlich gut oh das ließ den top was dagegen kann ich picken was ich will ja oder oder kamill oder so vielleicht ne ne achso mhm bane anister sind halt ziemlich gut gehen kann ich kann meine und ich wirklich durchbringen melphite dann spürt tristana bitte gib mir mal ein r ich hab keinen bock auf melphite bin ich ehrlich also ich würd gerne versteh ich nicht wie man keinen bock auf melphite haben kann ich würd gerne mal wett oder tristana picken was war die auswahl was war die erste jet z achso nachdem was der bessere blind pick ist ne für dich tristana tristana gewinnt ois keine counterpicks ois ich würd im lotus gut kurz pinkeln gehen ja ich auch ich auch hm weiß ich nicht ich nicht ne save ich würd mal kurz eine taktik besprechung nach ich spiel hier äh deathality deathality spielst du ja ja außer die picken jetzt den tank da bin ich sauer also den tank mit lane in tristana reinpicken es könnte auch ja stimmt so ein melphite in tristana glaub ich kacke oder ganz krasser pick du bist was großem auf der spur ich möchte weinen lol sola alter jetzt ehrlich sola spielt auf dem zweiten akkord gegen uns ich würd kurz auf spuren ne nicht dein ernst das ist crazy das ist wirklich crazy ja so ist eigentlich unser schlimmster feind ja aber das ist schon mayfite top oder ne 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 zweifelt mit gegen tristana oder zweifelt mit würde ich sagen ja ja ich bin gleich wieder da hm hong hong weinen dr 23 Ja, ich bin eigentlich immer so strong, aber ich gucke drauf an, wenn die Vaing-Cleanse spielt, also ich glaube, Tubi-Toe wird schon hart, Alisa ist halt schon ziemlich gut gegen Zivil. Ja, also Zivil-First-Pick war, glaube ich, die haben den härtesten Counter ausgepackt, auf beiden Rollen, ne? Ja. Geil, also ich finde es sehr cool, was ich schon mal von meinen Bot-Line höre und so. Das wollte ja keiner picken! Nichts noch wirklich Ezri-Blind, dann habt ihr den Salat. Bot-Line beim Plicken ist auch nicht so geil, tatsächlich. Du meinst, Tubi-Blind-Picken ist geil? Nö, aber du kannst, I guess Junker kannst du oder Blind-Picken auch nicht. Ja, ja. Eigentlich Support und Junker, oder nicht? Rel und irgendwas zum Beispiel? Ja, Support, wenn Rel oder Thresh, ja, aber... Ich bin gegen Charge. Auch Support-Blind ist ja nicht gut, zumindest. Ja, ich glaube, nur wenn du halt, wie gesagt, nur wenn du Thresh oder Rel kriegst, weil Rel ist so broken, ist egal, wie hart du gekonntet bist, und Thresh ist halt Thresh. Ne, aber ich gehe für Marn-Ammune, also sobald ich Marn-Ammune für dich habe... Aber der spielt eh klar, also wir werden, glaube ich, 2v2 niemals killen. Weil du wirst auf die... Selbst wenn du die Vayne hittest, die würde dich cleansen, der Alistair würde mich wegknocken und dann killen die dich. Also ich glaube, 2v2 gibt es sehr wenig zu machen. Der hat auch Aftershock drin, ne? Da, und los geht's! Auch unlucky. Ja, aber das ist gut für uns, dann ist dein Team vielleicht schlechter. Ähm, Red, ist das Lieben Mitte? Da sieht's dann ja raus, ja. Möchtest du swappen? Ähm, nö. Mö. 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 Möchtest du in euer Leben schon mal gefühlt? Ja, sag mal, du scoutest da ja auch wie so ein... Als ob die in Wäden gehen mit dem Bödel. Tatsächlich ist Malfall so ein Champion, der 30-60-Spie heiligt und dich dann trotzdem töten kann. Ja, was? Ich mag Malfall, ne? Ich mag auch Malfall, ne? Ich mag den vor allem mit dem eigenen Team. Das stimmt. Ähm. Das heißt, dass ich MR-Ruhen gegen Mittel-ähnlich-Sinn, hm? Minions has spawned. Also willst du es hoffen? Nein, 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 nein. Du willst dich nur ein bisschen beschweren, aber du willst dich wirklich was dagegen tun. Genau, ja. Aber du kennst mich. Alles klar. Ich will mich erstmal ein bisschen beschweren. Ja. Du brauchst Ramo-Ruhen gegen Meister. Hast du schon gespielt, Brügel? Ne, noch nicht. Ich will einfach für Q gehen. Ja, ist besser beim Rap-Buff. Das ist das einzige, was zählt. Ne, Malfall ist Mittel. Alles klar. Oh. Der hat nur Ignite, der Tor-Blöde, jetzt. Das, äh, vergesse ich das öfter nur ganz gerne. Also ich sag mal, der hat die letzten zwei Leasing-Games komplett zu Wunden hineingecarried, ne? Alles klar, no way. Möchtest du noch andere Sachen äußern, oder? Ja, ich will noch ein bisschen Pressure machen hier. Der kam von so'n Blue-Buff, Johnny. Aber ich glaub, der war ein bisschen zu früh, um gelieft zu haben. Finde ich ehrlich. Und den kam spät. Ups. Nicht gesehen. Ich will dieses Finale haben gegen das Challenger-Team. Den hast du gesehen, ne? Den hab ich gesehen. Ich hab mit Lann aufgefahren. Ich glaub, der Matchup wird erst zum Level 6 wirklich schlecht. Ja, dann könnt ihr dir vielleicht die Doppel-Krabbel machen, ne? Ne. Ja, Krabbel mit Carlos ist halt immer so'n bisschen mehr geil. Ich mein, du hast doch mit dir immer einen Move, oder? Ja, glaub ich. Also ihr seid doch dann immer eine Überzahl an der Krabbel. Ja, ist trotzdem nicht so super-easy, ne? Die nehmt ihr den Move-Bit-Speed aus dem Jungle mit. Ja, die sind kein Flash. Vielleicht nicht ein Doppel-Doppel. Hey, nice job, top! Hey, danke, Brücki! Willi, der Jungle tötet mich. Dann nicht abgaben. Ja, der ist top-set. Der ist top-set. Geil. Ja, die sind kein Flash. Kann ich rein? Der ist ja jetzt komplett doomed, der Top-Lehrer. Das ist korrekt. Oh, das sieht aber auch schmerzhaft aus hier. Man muss uns verstehen lassen, ob Axe von Lilian. Prächtigterweise, leider. Ich glaub ich noch zum Mobile Crystal. Wird es out of Pots. Folge, jetzt. Ne, wir zwei. Wie wär denn das, wenn du den jetzt hier zu zählen würdest? Ja, ran-move, mach ich das. Willst du mal auf Brotzeit-Kabel gucken? Äh, hier. Das Dings. Der wird nicht in der Brotzeit-Kabel sein, der ist hier. Ich glaub, er ist hier. Nice. Ich glaub, er ist hier. Das ist hier. Lila war hier, ne? Ja. Ich muss freien. Nein, ich lass das. Ich weiß nicht, ob du führst. Ja, das war wirklich ein sehr schwerer Zip. Ähm, der wird wahrscheinlich die Wave noch auspushen, hm? Guck ich nicht. Geh nicht für dich so da unten? Könnt ich bleiben? Könnt ihr mir helfen? Ja, klar. Ich bin sofort da. Ich helfe dir ganz besonders gern bei diesen Kennenmanien. Ja, danke dir. Hey! Bestens, bestens, Leute. Schon will ich's, oder? Halte durch. Alles gut. Ja, diese Sivir, ne? Der, der Build. Ich, ich hab bei dir im Stream, beim Malmögen. Dann hab ich mal zugeguckt. Da sah das irgendwie nicht so gut aus. Aber beim Schlecken, das Heiter lag. Ich hast nicht kurz ein bisschen mehr auf dem Weitfeld. Und dann dachte ich mir, oh, jetzt sagst du das eigentlich eher nicht. Aber dann war ich schon committee. Also einen Tag hatte ich ge-in-edit, das habe ich nicht. Aber das lag gerade nicht am Bild. Was war gar kein? Es ist gut, ne? Ja, ja, ist wirklich gut. Es wurde hingegebracht, das hab ich auch gepasst. Ähm, die hat看flash die Lilia und der hat auch keltfisch. Und die ist topseite. Rotland Space hätte er jetzt ja genommen. Wir könnten Slowposh Botland spielen in 2Drake Ich muss noch einmal Runde Power farm Alles klar Kein Ding auch rein Bei der Meditation down Wir können die Canrave quashen, dann kannst du wieder mega viel rom Die können uns nicht, also Vayne kann ja nicht wirklich schnell gegen pushen Hattest du selber noch Mist? Ich bin gleich spassig her Ich mach unbedingt hier und dachte, der Typ magst W hier oben Oh, Oldschool Die Simi Redia Matchup Season 2 Ah ja, mit Riggis Leiter Da haben wir noch Zweiten Aber wir haben noch 50 Amor gegeben da Lilia top, Lilia top Ich bin nicht sympathisch Ich hab kein Stack Up Oh mein Gott Ja, hätte ich lieber lieber ein Stack Up Kein Damage behaften bleibt Ja, das war, also tatsächlich war das früher ultra broken Lilia top Kann man auch erinnern, dass ich Season 3 oder was das Oder Season 2 hab ich dann sogar competitive gespielt Ich weiß noch, ich hab in Season 3 erst angemacht zu spielen Aber ich hab mir Worts angeguckt von Lissin aus Season 2 Ja, das hat man in der Typ gespielt, aber richtig gut, ey Das war auch, aber ich fand diese Lissin-Irelia Matchups Das war noch richtig hyped selber zu spielen solltet Ja, da hat's so Spaß gemacht, ja Das war richtig Aber da war noch Irelia mit East Dann, wenn du unter 50% AP bist Ich weird Und das Schild hat nicht gezählt Das war noch Ey, ich move für Krabbe, ne? Die wird hier die beiden machen Oh, guck mal hier Okay? Ja, ja, ja Alles da miss, alles da miss Alles da miss, alles da miss Alles da miss Alles da miss Die Level 6 Ich kann jetzt gleich move'n Botlane-Rate ist da deren Turret Kannst Meinst du euch von mir? Ähm Einfach so, als wäre er kein Dime gespielt Wo wir den Bloody Nine, der ist da, ne? Die Slow, die Lilia Ja Ja, können wir machen Ja, der Melfer, ich kann aber move'n Wen kann jetzt move'n Aber nur resetten wir's, ne? Ne, ne, ich will den ab Ja, könnt ihr mit Melfer ein bisschen abgeben Ihr seht ihn reinhoben Ja, ja, ich flash dir heute noch Boris Der hat doch Ulti und alles, ne? Kannst du CC? Ja Danke, Papa Oh, seid ihr süß, ey Es ist weird, wenn man nicht gegen Damage widerspielt, um sich zu gehen Ich hab' mal Pryor Johnny, wenn wir da verharrikanen wollen oder so Hm, ich hab'n Full-Clear von Bot-to-Top vor mir Ah, ist hier, ist hier Wann hast du Ulti da, ne? Ich hab' heute Wird die mit 6 gleich? Ja 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 Okay Dann können die uns runterrennen, ne? Ich guck für Top Ich guck für Top Ja, das guck, sonst rennen wir einfach weg Ich hab' den Er hat W, er hat W-Max, ne? Ja Ja Danke dir Schön, Leute Ja Mensch, wieder ein erfolgreicher Gang von APG Justroni Hallo Ja, servus Ich hab' mal so, der Descent ist ziemlich lost von Blank Kann ich gut viel machen Oh Der ist halt so schön low hier, ne? Nee, also jetzt bin ich auf der Wraith, wenn ich da will, aber ich glaub' das ist nicht zu gehen Ja Bin dann weg runter Ich glaub' ich bin demonisch Ich hab' solange der Alistair mich nicht anflasht, könnte ich mich auch gar nicht engagieren Ey, Nobe, ich würde eigentlich dem nächsten Desperate Rome von Descent erwarten Berechne einfach damit ein bisschen Ich hab' den Kopf höchst Ich hab' den Kopf höchst Ich hab' den Kopf höchst Weiß' den Wir sehen ihn Wir sehen ihn Wir sehen ihn Alter, warum macht nicht diese Scheiß-Shard so viel Damage von Melvide? So nervig, ne? Das ist vielleicht lästig, ey Oh, bam! Reicht das aus? Oh! Nice Schöner Flash Alter, hab' ich es nicht Ohohohohoho Er hat geflasht Der Mitte Backup, ne? Jetzt der das Ich werd' nicht reingehen, ne? Also never Ja, ja, alles gut Das greetest du jetzt ohne mich, ne? Nein Wo bist du? Ich geh' raus Lilja, hast du meine Mitte? Ja, wir drafen heute aber auch nur spannende Lanes hier unten, du Pfff Ich meine, ich schlägt euch doch super, wenn du den Counterpick-Matcher wirst, ne? Ja Ja Lilja unter dir Ich bin zwei Levels ab So Er ist einfach... Oh nein, ich hab' ihn gedaubert Ohhhh, Tolkien Sag' einmal Dafür muss ich jetzt die Bot-Side-Krab abgeben Für dein Eines Kackplänte, ne? Unser Perfect Game Oh nein Ich werd' hier pinken Ich kann dir garantieren, dass wir kein Perfect Game hinbekommen werden Jetzt ja eh nicht mehr Ich hab' das schon versaubert Ich hab' das schon versaubert Die machen Drake gerade Ja, das können wir machen Gott Der fucking Knight, hab' ich dran gedacht, Mon Wollen wir dich fighten? Nö Ich steh' den einfach mit Q M'kay Das ist jetzt bloß What the heck? What the fuck? Okay Ich hab' den nicht so beim Flash nochmal zurück gesehen Jaja, das war der Plan eigentlich Aber War'n bisschen früh Ähm Alright Okay, ich hab' jetzt mal... Ja, wir stehen einfach weiter auf dem Top mit, oder? Boah, ihr seid ja hart am Gewinn Ich glaub' auch immer noch, dass die mich botlaid nur diven können, wenn der Alistar mich flasht Sonst kommt die Raid gar nicht unter den Turret Ja Ich hab' wieder Ult hier Willi sind Harald spielen Ich geb' dir bitte Backup Ich werd'n Blade-Hopper nehmen Äh, Alistar's Mist, der könnte vielleicht... Der könnte vielleicht Mitte sein, der Alistar Der hat... Der hat... Der hat jetzt wieder Ult Der Minecraft meine ich Alistar Mist, careful Naja Ich muss nur eine Raid haben, wenn ich noch full life Der ist das einzige, was der gegen Malford macht Hans Toi, 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 Sola, ich hab' Bock rum zu sein Ja Ich bleib' kein Ult Bull gegen, glaub' ich Weitere gar nicht eigentlich Warte Ult Ja Ich muss nur in der Mitte, ich kann eben... Ich hab' Top, Malford kommt, Malford kommt, Malford kommt Malford kommt Wir geben den Turret Ich hab' mir ne Pflanze, um reinzukommen, ne Ich würd' Golems gern contesten Ja, Top von denen, wir haben gleich ne Monos wieder Der hat ja leider tausend... Alistar könntest du, ne Alistar könntest du, ne Wir haben Pflanze mit Boah, mein Dug haben, es hat sich bisher auch richtig bezahlt gemacht in dem Game Und ich würd' hier basen wollen Na klar Da warte ne Malford auf mich Alistar, Flash, Ignite Einträglich verstört, ist n'n nice Vielleicht n' Spargel Ich hab' gar nicht durch die Puffer gekriegt, bin trotzdem tot Ich weiß nicht, was der Malford jetzt macht Ok, ich versuch' mal runterzukommen, Frola Mhm, ich will mit Cleans, ne Ja Aber Turret ist auch ultra low, eh Ja, warte einfach mit dem Ignite, dass ich vorher Cleans muss Ey, jetzt warte n'nächst Turret Solon und dann, ähm Hoffentlich noch vor den Haralds von den Platons formen I guess, she knows Ich würd' den Harald gern selber machen, fürs Gold von den Platons Gerne, aber das sind noch eins im Mitleid, also müssen wir uns ranhalten Sonst kommen wir die Herzeite, ich bote ein Ja, wir haben noch eineinhalb Minuten hier Nee, wir müssen jetzt kein Stor machen, dann müssen wir sofort bot da drin Wenn wir den für Platons formen wollen Oh, ich hätt' so'n Bock, ne Ich hab' nicht viel rausgekommen Wie ist denn, kann der kommen, Jonny, ne? Das ist wie ein Diabetiker, der Bock auf den Milchshake hat Du weißt, ist das nicht gut für dich Alter, wie haut der mir denn auf die Fresse? Das ist ja komplett illegal Du weißt, dass du den Schwinger dodgen kannst, ne? Äh, Alistar und Lilia konnten ja nicht mehr Ja, weiß ich das, ich jungle ja jeden Tag Wie viele Games gibt's denn Maxima bei Clash? Drei, ne? Ah, ja Okay In dem System, es gab auch ein System mit vier, gab's auch Warte, wenn du sofort bot den Sprinten Ja, ich bin unterwegs Ich hab die P auf dem Botlane Ne, 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 ne Das wird ein Botlane, Harrod Glaub nicht, dass das ein Time ist, oder nicht? Glaub auch nicht, dass das recht Na gut Die Vision für Bots Die Vision für Bots Also nicht in der Genre Dankeschön Kein Ding Unglaublich Schau mal Das ist geil, ey Setzt du jetzt den Harrod noch, oder ist das mehr so'n Ja, ja, ich wollt' nur erst die Wave nehmen, weil mein Red Buff irgendwie weg ist Ja, sag' mal Ich hab auch nicht, was da passiert ist Lass schon die Blue Buffs haben Was ist mit ihm los? Ich hab mir doch so ne gehässige Lache Du mein, was ist denn mit dir los? Hau auf, Buffen zu haben Ich spiel Diamond sonst Was soll das? Wen kommst du? Wen hier, wen hier, wen hier Sehr gut Sehr gut Klasse Gute Arbeit, Beschwörer Let's fucking go Lidia moved hoch Ich würd gern raus, Turkin Du hast du ult, ne? Ich hab euch, klar Aber ich hab noch ein Level 10 ult Ich würd eigentlich gerne zu ulten, wenn ich elf Machen wir Wie lange brauchst du bis elf? Ich würd doch mal Wotstet reißt Einfach durch den Neon Jungle runterlaufen, ja Ich hab auch die Biel verboten, ich hab auch die Biel verboten Ach, von dir willst du Level 10 ulten? Natürlich nicht, aber bis der da unten seinen Playdorch hat, bin ich Level elf, oder? Du meinst jetzt? Ja, aber Freddy ist nicht so nett, der würde nicht warten, bis ich den mit Ult kille Der hat kein Flash, kein Ult, ne? Ich hab noch hier, ich hab noch hier Ich hab noch hier Du bist top denn Ult, ne? Er ist nicht Ähm Achso, das war mit tealed Wollte wenn du wardroppen, ward dann fick ich rein Du hast die hat noch Ult, ne? Wenn wir keinen wardropp, dann tipp ich nicht rein, ne? Die sind nur Minions Ja ja, die waren da vorne nicht da, die sind alle gestorben Soll ich trotzdem los die Queen machen, was? Alter, Sola Wow, da war crazy Da war Mehr kann man mit CV aber auch nicht rausholen Der einzige Butt, den ich habe Ah, fuck So Ähm Öh, der hat noch Bock auf mich Wie scheiße Der hat da so viel damage gemacht noch Ja, das hab ich auch schon auf der Länge gemerkt Oh no Ja, das merkt auch Sola gerade Oh, scheiße vielleicht Ja, hätt ich mal eh nicht gechockt, wär er tot Schade Noch ne Ult, Johnny Noch ne Ult Können wir den Drake anbauen? Ja, okay Lass dich jetzt sogar mal an der Crack stehen, okay? Ist auch lieb von dir Ehre So bin ich zu dir Oh, 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 Riggi? Ja Der hat Articare gepickt Aber da bin ich nicht Ich bin noch nicht gut genug Lass auf Ich habe gerade meine Darkhave Stacks, war hundertfach Hattest du die Vigo Bug gesehen mit den Darkhave Stacks? Ne, was passiert? Äh, mit den, mit den... Oh shit Kann mir das noch spielen, ich kann nicht kommen? Ah, ich bin mit den Öl raus Oh ne, das äh, ich hab leider nichts mehr Äh, ist sehr low Und dann hast du Öl? Ich Äh, 30 Äh, 30 Und dann hast du den Darkhave bekommen, der ist ein Champion mittlerweile Move hier, bot Point blank is the only blank I like Boah Hm Ne Er ist hier, ne? Er ist der Moved auch Er ist hier TP, 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 TP Der hat noch Ult tatsächlich Der hat Ult Der hatte Ult Ult in zwei Okay Nein, sehr super Du Mit Ult? Mit Flight? Oh, okay Du bist in der Stelle, oder? Ich hab, ich hab noch Ult Na, also... Was ist das denn? Johnny, hast du überhaupt runtergeguckt? Ja, ja, ich war die ganze Zeit drauf Ich hab nicht geglaubt, dass das reicht Ich dachte, wir hätten nicht fighten können, naja Ja, mit Karte sollte ich auch eigentlich Was soll das jetzt sein? Ich hab ein Problem, ich bin relativ low hier Habt ihr euch mega? Ich hab Ult Sind auch im Wege, ja Wir werden das fighten wollen Ja, Lilia und Wayne Tops, Alter, ja Ja, das war ein kleiner Fan an der Stelle, oder? Hallo? Irgendwelche Ult, oder was? Ja, ja, ich mach Das ist der River? Jetzt ist er, glaub ich, raus Hallo? Johnny, sag mal Sorry Ach, wo, ey? Ja, was soll ich denn machen? Was ist denn der Pakistan an der Wand? Ein Otto und der ist tot Lilia muft runter, Lilia muft runter Ich komm doch nicht hin Ich komm doch nicht hin Ich komm doch nicht hin Vielleicht, die da unten Moven Ich bin tot jetzt, ne? Ich darf sagen, wir machen noch den Herald Ich hab noch einmal die Herald Sonder braucht diese Wapie bestimmt nicht Ne Werte geht Grüns testen, wir müssen was machen dafür Können Topside-Jungle komplett nehmen, oder? Ja, ist schon schön Hallo, junge Dame Ich weiß, ich habe Respektive am Markt für zu fließen starker Sag mal, hallo Das bedeutet, der Redbuff geht wohl an Fremium Dann können die halt nicht zu dir move'n, ist doch gut Ne, geht's schon wieder nicht hier Kann man nicht so engstirnig sein hier Engstirnig Ich erinnere mich einfach dran, wer mir hilft und ich Freddy, Redbuff ist ab, kannst du nehmen, ne? Du verhältst dich? Ja, ich hab besser auf ihm, ich drück ja nur Q Danke dir Du kannst mich jetzt hier damit dissen, denn ich hätte dir den auch freiwillig gegeben Johnny, sag mal, hast du Bock hier Nash zu tun? Ja, mach Spaß, oder? Also, ihr habt keinen Blue Dann nimm dir Blue, dann mach mal Nash Du bist das höchste denn im Game, du bist so fäh Du bist so fäh Ja, können wir machen Ich muss ganz ehrlich sagen, der neue Black Cleaver fühlt sich auch echt einfach kacke an Die haben jetzt, das sollte ein Buff sein, ne? Es ist ein harter Buff Es ist ein harter Buff Die haben ja diese alte Passive entfernt, oder? Die alte Passive war komplett nutzlos Okay Wir haben quasi 200 Gold weniger, 100 Leben mehr und dafür ne Passive Äh, ich play Serred mit und wir machen Nash, oder was? Achso, ich bin hier auf Botland, ne? Jetzt machen wir Nash Klasse Ich hab irgendwie vergessen auf Sweeper zu wechseln, also machen wir das hier ein bisschen Leider Ich muss hier hinterher, ich muss hier hinterher 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 Ich bin auf jeden Fall ein Mini Ich bin auf jeden Fall ein Mini Ich hab Ult Ja, wir sind, wir haben Mini nahe Ich weiß ja nicht Okay Oh, sauber Oh, schöner Deutsch von allen, auch die, siehst du was? Das war richtig synchron aber Das sieht man selten, ja Der denkt, er ist ja auch ne Hey Na, schlau, schlau, schlau Jetzt können wir Nashen, ne? Braucht ihr mich beim Nash? Was ist der hier? Ich hab andere Ziele Wave, wave Solapog ist auch auf dein W Hast Pog auf mein W? Dein Items, Irelia Scratch Bin ich mit mir echt, das ist eigentlich ganz sicher Okay Glaube ja Ich hab noch über Der arme Alice Der arme Cray Können wir aufnehmen? Werk nehmen Wir sind noch tot, die Gegner Du kannst ja Nein Warte, diesmal lass ich sie Du spidern Ich hab Smite abbehalten dafür Ich hab literally den Nash deswegen nicht gespidert Aber ja Wollen wir ja Teamfighten anfangen Oder spielen wir weiter 1-2-1? Wir spielen 2-1 Eigentlich ist auch ein 1-1 Spänger Haben wir drag in time? Ich hab mir keine Hilfe, brauch ich ein bisschen länger Ja Ist nicht mein Job Danke dir für die Hilfe Danke dir für die Hilfe Findest du irgendwo irgendwann mit? Ja, hier Also es ist schon Also man hat nicht das Gefühl Dass man mit Menschen spielt Wenn man Kartus spielt, ne? Das ist schon Der war an dir Ja, glatt glaube ich Irgendwann bestimmt die Bordzeit oder was ist der Plan? Lies um? Lies um? Der Bordtum ist super easy Einfach mit dem Power halten Und wir nehmen einfach Zwei Tumme mindestens Ich mit dem Tum und dem Tum mindestens Mit dem Krizzocken wir so oder so Die beiden möchtest du haben? Okay Tolkien, machen wir dir Machen wir dich fertig Zum gleichessen oder mitnehmen? Wollen wir dich schon wieder auf die Hälfte des Nashs? Äh, ich musste meine Eier kratzen Aber ich bin jetzt auf dem Weg Melfer top Ich hab die P für dich, no way Und wir haben Kartusolder Ich hab Gold für dich Ja, ja, ja Mit Zero Vision Ähm Soll ich genau was ich meinte? Aber funktioniert eigentlich Ja, ich dachte, die kommen da Muss ich sagen Who kommt? Der erste Reset Klasse Melfert hier Habt ihr wer Bock? Der ist nicht so tanky, ne? Du kannst grad den Midwave catchen Ich bin nicht mehr lange mehr gehalten Wenn wir fighten wollen, dann denkst du fort Ich geh rein Wir haben jetzt hier den Top tier 3 Ich hab da noch ein Assist bekommen wegen meiner Ult von vor sieben Stunden Ja, dann die anders hat er nachgeteckt, ne? Ja, ist jetzt so dumm Immer noch Oh, schau Ey, das hat gerade dämlich aufgemacht Ne Ich kann nicht in Range Ich glaub die Wall hat irgendwie geslowed, oder? Mhhh Neee Ohja Actually hab ich Hab ich irgendwann geslowed Ja, 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 ja Entschuldigung, aber Gleich wieder ULs 2 Sekunden Finish, finish, finish Die Flash spielt da ja Der tut mir weh Ich hab mehr Melfight ULs geblockt als Zarcarus Text in dem Game Das ist auch ne gute Statistik Ich bin richtig stolz Ich hab 2 oder 3 Melfight ULs geflasht sogar Mal GG Hm Okay So, großes Finale Jetzt gegen das Challenger Team, ne? Ja, die sind auch schon weiter, scheiße Die gehen sogar direkt los Okay, Brücki, was spielen die so? Hä? Wieso denn ich? Der Mitglieder ist doch bei Euronics, oder nicht? Ja, der spielt so Control-Match-Bums Der spielt so Ey, der spielt auch Jon Ja Ja Okay Also der Project hat seine Menge Wer ist der Articary von denen? Wer ist das? Ja Ich kann einfach nur sagen, der eine Typ, der heißt Richli So, wer weiß ich nicht Richli, bitte Richli Richli Scheißegal, der heißt Richli Ähm Er hätte irgend so Ach, die heißt Richli Ah, ja Da könnt ihr vielleicht auch vielleicht sagen, was er davon hält, aber Also zeigen Richli Dünsatz Das sieht ja gar nicht so angenehm aus, wenn ich das hier so sehe Aber es wird komplett free Ja Okay Okay Dünsatz Dünsatz